Der Fisch der Woche. Ich meine, wir haben mittlerweile Mitte der Woche. Es sind auch schon ein paar Karauschen gefangen worden, die ordentlich Gewicht haben. Aber Fisch der Woche, Karausche, in richtig Fett. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. Ja, im deutschsprachigen Forum gibt es ja zur Zeit wieder mal ein Fisch der Woche. Diesmal ist es die dicke, fette Karausche. Und vor ein paar Tagen stand ich hier tatsächlich an dieser Stelle mit meinem kleinen Posen-Account. Da bin ich ja auch immer noch immer mal wieder mit zu Gange und versuche den ein bisschen weiter zu pushen vom Level. Damit es dann auch demnächst wieder neue Videos von dem gibt. Aber da stand ich halt hier schön auf Pose. Gar nicht weit ausgeworfen. Ich würde sagen so bis hier so an diese Kante von dem grünen Geschlonze. Und da waren nicht jede Menge Karauschen. Ab und zu ein paar Giebel, ganz selten mal eine Schleie. Einfach schon auf Brotteig. So, dann habe ich jetzt gerade schon mal probiert. Mit Winkelpickern stand ich hier und hatte dann Honigteig mit dran. Ich hatte Süßteig mit probiert, hat alles funktioniert. Brotteig funktioniert auch. Maisbrei funktioniert auch richtig gut. Und ich hatte allerdings die meisten Karauschen tendenziell eher auf Honig. Und da gehe ich jetzt einfach mal voll rein. Ich bin übelst gespannt. Ich habe es einfach jetzt komplett übertrieben. Ich habe mir jetzt die Karpfenruten gepackt. Bin hier mit Boilies dran. Gar nicht mal so kleine Boilies. Und auch gar nicht mal so kleine Haken. Ich habe ein PVA zusammen gemischt mit ziemlich groben Partikeln. Dicke, fette Anteile sozusagen. Partikel mit drin in der Mische. Und ja, ich bin gespannt, ob hier überhaupt etwas funktioniert. Denn gerade, also hier habe ich es natürlich auch noch probiert mit den Winkelpickern. Auch da wieder mit dem Honigteig und so. Ging das echt gut. Gucken wir mal eben rein. So sah das jetzt hier die letzte, ja ist ja schon fast eine Stunde jetzt her, die letzte Zeit aus. Einiges an Karauschen. Noch nicht so richtig dicke Fette. Aber es wird, es wird, es wird. 1,3 war glaube ich jetzt gerade die größte. Ein paar Giebel auch mit dabei und so. Also ja, die Frage ist, ballern jetzt hier vielleicht tatsächlich auf Boilies die dicken, fetten Karauschen rein. Wenn wir mal eben kurz reingucken in die wöchentlichen Rekorde. Vielleicht machen wir einfach mal nur wöchentliche Rekorde Deutschland. Und dann gucken wir mal nach Karausche, wie denn da der Stand der Dinge ist. Hier sehen wir es. Und jetzt guck es dir an, Alter. Jetzt schau es dir an, Bernsteinsee. Einfach als Beifang sozusagen. Einfach als Beifang. Lachskräuter. Ballert da eine Karausche rein. Bärensee, wahrscheinlich ähnlich, auf Kartoffel. Moskitosee, das glaube ich, das ist gezielt. Das ist schön. Petri Algen, das sieht auch gut aus. Alte Festung, auch sehr schön auf dem Regenwurm. Immer wieder schön. Das ist natürlich geil. Das sind wahrscheinlich auch Angler, die vielleicht nicht ganz so hoch sind vom Level. Aber da ballert das mal eben schön rein. Und die können sowas natürlich dann auch gebrauchen. So einen dicken, fetten Fisch. Beziehungsweise, ja, die Frage ist, ob die natürlich dann auch mitmachen bei dem Wettangeln auf die Karausche. Ja, ich probiere es jetzt, wie gesagt, hier mit dieser Kombi zum Beispiel. Okay, Honigcreme in 14, in 18, Berghonig dran und ein dickes Honig-PVA mit großen Partikeln sozusagen. Gehen wir mal rein in die Details. Also wirklich hier als Basis, die hätte ich eigentlich auch weglassen können. Berghonig-Pellets, Honigcreme, Pop-Up. Also viele Boilies tatsächlich mit rein. Berghonig 15 und Honig nochmal als Aroma. Und ja, hier das Ganze auf 7 Meter. Ich bin gar nicht so weit raus. Quasi hier an der Gewässer- oder an dieser Schilfkante hier liegend in diesem Bereich. Und dann rein damit. Was verspreche ich mir? Ja, eigentlich keine große Frequenz. Das heißt, würde ich gerne Frequenz haben, möchte ich hier stehen und mir den Kescher vollknallen. Mit Giebel und Karauschen. Dann gehe ich natürlich wieder mit dem Teig hier dran. Teig funktioniert einfach. Durchaus auch mal einen größeren Haken. Ich würde sagen, mindestens mal einen Einser-Haken kann man hier verwenden. Vierer bis Einser, würde ich sagen, als Basis, als Einstieg. Und dann ruhig vielleicht mal auf den Eins-Nuller gehen. Also einfach mal die richtig dicken Brocken verwenden. Ich werde von einem dieser Sets, oder nehmen wir mal das hier, das ist am wenigsten in Richtung Honig. Das nehmen wir jetzt vielleicht nochmal eben raus. Auch da nehme ich das PVA ab. Ich habe das jetzt, dieses große PVA-Paket, quasi jetzt dreimal an den Spot reingeschmissen. Ich werfe auch kein weiteres rein, weil ich einfach befürchte, dass der Spot vielleicht direkt überfüttert wird. Mit diesem Set gehe ich einfach auch nochmal hier auf die klassische Grundmontage sozusagen. Schmeiß jetzt hier auch nochmal. Oh, oder soll ich auf ein Match gehen? Ich könnte auch auf ein Match gehen. Ich mache Doppelköder und Match. All den, so machen wir das. Wir haben ja jetzt angefüttert. Und jetzt gehen wir hier schön mit der Match dran. Anders wild. Alles probieren. Alles probieren und testen. Bauen wir uns mal eben hier eine Match zusammen. Schön. Machen wir mal hier auf entspannte Schnur drauf. Vorfach lassen, war weg. Wir sind ja hier auf flurokomplett. Aber auch hier natürlich einen dicken Haken. Ich nehme erstmal hier den Einserhaken. Hau hier den Honigteig drauf und den Süß, den Quark, die Erbse. Eine Kartoffel. Mais würde auch gehen. Auch ein schöner Allrounder-Köder. Ich glaube, ich nehme erstmal den Süßteig. Wobei mir die Teige tendenziell eigentlich immer zu klein sind. Vom Köder. Ich glaube, wir lassen das erstmal hier so auf 70. Und ich muss ein bisschen ranziehen hier. Das ist, glaube ich, zu weit. Aber hier sollte es schon ungefähr passen. Bügel wieder auf. Bremse hochziehen. Und dann gucken wir mal, ob da was geht. Ich teste jetzt erstmal ein bisschen. Sollte jetzt hier ein bisschen was funktionieren. Sollte hier was reingehen. Dann, ja. Dann schalten wir wieder rein. Und da zuppelt es los. Und da zuppelt es auch schon los. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt dran haben hier. Schon mal Shift drücken. Und sobald die Pose jetzt gleich untergeht. Mit der linken Maustaste. Einholgeschwindigkeit 50. Dann ganz schnell anschlagen. Wahrscheinlich wird es auch ganz, ganz gut mit der Stippe funktionieren. Oh. Oh. Ein gewaltiger Brocken. Oha. 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 Was eine Karausche. Was eine Karausche. Okay, ich muss dringend irgendwie den Haken erstmal ändern. Ich brauche einen größeren Haken. Ähm. Welche. Da. Ich mache direkt den 1-0er Haken erstmal drauf. Na was los? Bisschen langsam gerade oder was? Ähm. Dann hauen wir hier den Honigteig wieder drauf. Und den Süßteig. Und direkt wieder raus das Ganze. Ich hätte natürlich auch einen Clip machen können. Aber ich mag beim Posenangeln den Clip nicht. Wobei ich ziehe das eh eigentlich wieder ein bisschen zurück. Aber so geht es doch. So geht es doch. Ja. Passt. Ja. Ich bin gespannt. Also das ist natürlich nicht zielführend. Ähm. Übrigens bisher nicht eine Bewegung hier. Keinerlei Reaktion bei den Grundruten. Ich schmeiße jetzt nicht nochmal. Oder eins noch. Hm. Ich mache es hier mal ab. Werfe es nochmal mit rein. Passt das von den Boilies? Habe ich nochmal einen Honig, was vielleicht kleiner ist. Ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Honig 15. Honig 15. Berghonig 15. Honig Creme 18. Berghonig 15. Berghonig. Als. Und dann ist schon wieder was an der. An der Pose. Jawohl. Schmeißen wir nochmal rein. So. Gehen wir mal eben dran. Nochmal hier wieder an die Pose. In der Hoffnung auf einen dicken Brocken. Das wäre der Hammer. Vor Jahren hatte ich schon in Giebel als Super Trophy tatsächlich gefangen. An der Achtuba war es. Und. Ja. Karausche in richtig Fett. Wäre mal nicht schlecht. Karauschen Trophy. Reicht ja schon mittlerweile nicht mehr. Sag mal irgendwas im Bereich von 3 Kilo wäre schon irgendwie sexy. Sonst muss man sich glaube ich keine. Keine Hoffnung machen. Das muss schon wie gesagt richtig mächtig sein. Und wenn das hier schon so zart rumzuppelt wieder. Ist das. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Katastrophe sogar. So. Das heißt wir gehen hier rein. Wir ändern den Süßteich. Gehen auf Tauwurm. Wir ändern und gehen auf Kartoffel. Ich mache das jetzt mal so. Ganz andere Aromatik jetzt natürlich. Hat mit dem Honig, der eigentlich jetzt die ganze Zeit drin ist, gar nichts mehr zu tun. Aber Kartoffel und Tauwurm auch durchaus mögliche Köder. Ich lasse das so wie es ist. Aber auch hier nehme ich das PVA ab. Das ist mir sonst echt zu tricky. 7 Meter. Nochmal ein bisschen zurück. Also so 6, 7 Meter. Ich bin übelst gespannt, ob da noch was reingeht. Und in die... Oh, oh, oh. Es zuppelt was direkt. Auf Kartoffel. Ist runtergezogen. Jetzt kann hier natürlich mit dem Tauwurm auch wieder alles reingehen. Jetzt kann hier echt alles reingehen. Hier können Schleien reingehen. Hier können natürlich die kleinen Karpfen reingehen. Mit dem ollen Tauwurm kann hier eine Schläfergrundel reingehen. Keine Ahnung. Also hier kann jetzt glaube ich tatsächlich alles reinballern. Nicht gehakt. Aufgrund des wirklich sehr, sehr großen Hakens habe ich einfach die Hoffnung, dass da nicht allzu viel Gedöns reingeht. Ich teste jetzt nochmal ein bisschen. Sollte sich hier ein bisschen was tun. Attacke Vollgas. Ansonsten haben wir ja bisher schon einen ganz vernünftigen Kescher mit den Teigen. Solo sozusagen. Einserhaken, Viererhaken bis hin zum Einsen-Dullerhaken. Ich bin sehr gespannt, ob da noch ein Brecher reingeht. Oha. Das nächste Gezuppel und direkt die Reaktion. Alles klar. So schnell beißt der Barsch. Auch nicht schlecht. Nehme ich natürlich auch immer wieder gerne mit. Aber, oha. Ich denke, ich habe die ganze Zeit schon rumüberlegt. Ich denke, es wird übelst schwierig, so gezielt einen Karauschen-Spot zu finden. Und nicht einfach nebenbei, ja, von einem Karpfenangler übertölpelt zu werden sozusagen. Einfach so nebenbei als Fehlbiss auf viel zu fetten Setup. Ballert dann, oh, guck mal hier, eine Karausche rein. Ich hatte hier links und rechts nochmal ein wenig geändert. Und das Ergebnis sehen wir hier. Dicke, fette Schläfergrundel auf dem Tauwurm hier an der Stelle. Kann man auch mal machen. Die Pose geht auch gerade wieder ab. Kleiner Hebebiss. Erste Karausche. Sehr schön. Immerhin mal eine Karausche, die den Namen wert ist oder so. Ich sage mal zumindest, ja, zumindest maßig 600 Gramm. Zwei Kilo drauf wäre nicht schlecht. Das sind dann die Karauschen mit diesem ganz hohen Rücken. Richtig schön aufgedunsen. Das wäre halt mega. Hier hatte ich auch nochmal geändert die Boilies nochmal. Ähm, deutlich kleiner gemacht. Nur noch 14er drauf. Zweimal 14er Boilie. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ob da noch ein bisschen was geht. Kleines Gezuppel war da auch schon gerade dran. Tja. Aber ich denke, richtig sexy ist es hier nicht. Vielleicht gibt es noch ein paar Spots am, an der alten Festung. Durchaus möglich. Ich glaube, es bimmelt hier schon wieder. Ich glaube, es bimmelt schon wieder. Probieren wir es nochmal ein bisschen aus. Und ansonsten gehen wir gleich einfach nochmal verkaufen. Und da ist er doch nochmal zurückgekommen. Ei, ei, ei. Was haben wir denn da? Doch nochmal ein dicker Brocken. Und tatsächlich auf, ey, 1,6. Okay, immerhin auf Boilie mit Honig, mit dem Berghoniggeschmack. Ne, Honigcreme war es. Immerhin ein dicker fetter Karauscherich. Nicht so schlecht. Ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Toi, toi für den Fisch der Woche. Gönnt euch. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.